Hallo zusammen, wir haben gerade den SEAT auf Gas umgerüstet. Ein Direkteinspitzmotor. Hier sehen Sie die Gasinjektoren, hier gehen die Schläuche zum Gasfilter und Verdampfer. Steuergerät ist mit den Steuergeräten versteckt, hier in diesem Zwischenpack. Die Einführstützen haben wir an der Klappe angebracht. So kann der Kunde auch bequem Gas tanken. Der Gastank ist im Kofferraum eingebaut, statt Reserverad. So bleiben die Kofferraumvolumen auch unverändert. Und im Innenraum, in dem Fach da unten, haben wir den Schalter angebracht. Jetzt kann der Kunde ab sofort die Hälfte von den Spritkosten sparen. Falls Sie Interesse haben, einfach anrufen.